Hi, schön, dass du da bist. Wir schauen uns heute an, wie wir eine IP-Adresse verschlüsseln. Okay, leider muss ich dich enttäuschen. Man kann eine IP-Adresse nicht verschlüsseln. Du meinst wahrscheinlich, eine IP-Adresse zu verschleiern. Das ist eher der Punkt und das ist möglich. Wie machen wir das Ganze? Das machen wir, indem wir über unsere eigene IP-Adresse auf einen anderen Computer gehen und dann auf die Seite, die wir aufrufen wollen oder das, was wir machen wollen. Somit haben wir dann nicht unsere eigene IP, sondern die IP-Adresse von dem Computer, über den wir gehen. Und somit hast du auch deine IP-Adresse verschlüsselt. Genau, es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man das machen kann. Wir schauen uns an, VPN und Proxy. Dann gibt es aber auch noch ein paar andere kleine Tricks. Und ja, genau das zeige ich dir im Video. Ich wünsche dir mega viel Spaß damit und bis gleich. Okay, ich erkläre dir jetzt alles einfach, schnell und Schritt für Schritt. Und jetzt nochmal kurz, wenn du Bock auf IT hast oder IT-Sicherheit, lass ein Abo da und ein Like, um nichts mehr zu verpassen. Okay, fangen wir jetzt mal an mit dem VPN. Das hier ist eine Grafik über einen VPN. Ich erkläre dir jetzt ganz kurz, wie das technisch funktioniert. Du brauchst eben ein VPN, um deine IP-Adresse zu ändern, verschlüsseln, verschleiern, je nachdem. Es ist alles dasselbe sozusagen. Und ja, wir sind hier dieser Laptop, der VPN-Anwender. Du brauchst ein VPN, um deine IP-Adresse zu ändern. Um ein VPN zu ändern, verlinke ich dir in der Endcard dieses Videos zwei Videos. Einmal für Proxy und einmal für VPN. VPN, also du hast zwei Möglichkeiten, um deine IP zu verschlüsseln. Und die siehst du am Ende. Dieses Video erklärt dir nur, was du überhaupt genau machst, damit du nicht irgendwie trotzdem auffällst, weil du einen Fehler gemacht hast. Zum Beispiel. Okay, VPN-Anwender. Das bist also du mit deinem Laptop oder PC. Und dieses grüne hier ist der VPN-Tunnel. Der muss erstmal aufgebaut werden. Und den bauen wir auf, indem wir eine Software auf unserem PC installieren. Wird alles in diesen Videos in der Endcard erklärt dann. Und ja, wir bauen eine Verbindung zum VPN-Server auf. Ein VPN ist ein Virtual Private Network. Auf Deutsch ein virtuelles privates Netzwerk. Sehen wir hier auch an dieser zweiten Wolke. Die zweite Wolke ist also das zweite Netzwerk. Hier kannst du hinschreiben VPN-Netzwerk. Und ja, lass dich von dem HTW hier nicht verwirren. Das ist ein VPN-Netzwerk. Und auch ein VPN-Server, wie wir hier sehen. Wir wollen in dieses Netzwerk rein. Und in diesem Netzwerk können auch andere Geräte sein. Wie zum Beispiel dieser HTW-Server. Entweder wir greifen jetzt über das VPN-Netzwerk auf den HTW-Server zu. Und holen uns da Dateien. Das ist eigentlich der eigentliche Sinn von dem VPN. Oder wir gehen von dem VPN jetzt wieder nach draußen. Wieder ins Internet. Und zu einem Server, der unsere originale IP-Adresse nicht wissen darf. Und dieser Server steht halt hier im Internet. Den wollen wir besuchen. Aber nicht mit unserer eigenen IP-Adresse. Und ja, wir sehen hier an der orangen Linie. Das ist unsere Verbindung. Die zu dem Server geht. Also erstmal geht sie von unserem Rechner zum VPN-Server. Und dann macht sie hier so eine Schlinge. Und geht wieder zum Internet-Server. Äh, zu dem Server, auf den wir zugreifen wollen. Der Server schickt dann die Daten, die wir abgerufen haben, wieder zurück auf den VPN-Server. Und der VPN-Server schickt dann die Daten wieder an uns. Somit weiß der Router, also somit weiß der Server nur die IP-Adresse von dem VPN-Server. Und nicht von uns. Ich hoffe es war verständlich. Wenn es Fragen gibt, schreib es gerne in die Kommentare. Auf jeden Fall funktioniert so ein VPN-Netzwerk. Wie gesagt, ich verlinke es dir hier oben auch nochmal, das Video zum VPN-Server. Jetzt schauen wir uns den Proxy an. Und der Proxy funktioniert im ersten Hinblick ähnlich. Wir haben wieder einen PC, der schickt eine Anfrage an den Proxy. Der Proxy schickt wieder eine Anfrage an die Webseite oder an den Server, den wir zugreifen wollen. Und der Proxy übermittelt seine IP-Adresse. Also nicht unsere, sondern seine. Also denkt die Webseite, ja hier dieser PC hat auf uns zugegriffen. Und nicht unser eigener. Jetzt hier der kleine Unterschied zum VPN. Der kleine Unterschied ist aber ziemlich bedeutend. Beim Proxy wird plus der IP-Adresse vom Proxy noch eure eigene IP-Adresse mitgeschickt. Sozusagen im Anhang. Also kann, wenn das jetzt hier ein Server ist, der eure IP-Adresse auf gar keinen Fall haben soll, kann in dieses Proxy-Paket reinschauen. Schaut, ah ja, der Proxy-Server hat die und die IP-Adresse. Aber unterhalb dieses Pakets, ein bisschen versteckt, ist nochmal eure eigene IP-Adresse. Denn der Proxy muss ja auch wissen, wohin er die Daten dann später schicken muss. Und deswegen speichert er sich auch noch eure eigene IP-Adresse in diesem Anhang sozusagen. Und das ist natürlich sehr schlecht, denn diese Webseite kann dieses Proxy-Paket analysieren und rausfinden, wo die ursprüngliche Anfrage herkam. Also haben sie dann im Endeffekt eure IP-Adresse. Deswegen sind Proxys nicht so gut, um seine IP-Adresse zu verschlüsseln. Denn sie schicken eure eigene IP-Adresse mit. Zwar nicht komplett direkt, sondern halt verschleiert. Aber ich rate euch immer zu einem VPN, wenn ihr wirklich verschleiert oder verschlüsselte IP-Adressen haben wollt, verwendet bitte ein VPN. Ein Proxy ist nicht sicher in der Hinsicht. Okay, genau. So, jetzt wisst ihr natürlich, wie ihr euch verschlüsseln könnt und eure IP-Adresse verschleiern könnt. Und jetzt ist auch wieder Zeit für die Brille. Und ja, jetzt sage ich dir noch, wie du dieses ganze Zeug in die Praxis umsetzen kannst. Und zwar verlinke ich dir hier oben und hier oben und in der Endcard verlinke ich dir alle diese Videos. Einmal Proxy, einmal VPN. Und ja, mach das auf jeden Fall. Mach einfach meine Tutorials nach, Schritt für Schritt. Dann kannst du deine IP sicher verschleiern. Und ja, ich wünsche dir mega viel Spaß damit. Und wir sehen uns mit Sicherheit. Peace.